Der Lokal, auf dem einheimische Bands abrocken, steht mitten im Sexmilieu an der Zürcher Langstraße. Viermal pro Woche geht man im Longstreet live zur Sache. Vier junge Herren aus Zürich wollen Beethoven überrollen. Und man muss schon sagen, in Bezug auf die Lautstärke gelingt ihnen das glänzend. Im August musste Herr Beethoven an der Zürcher Langstraße dran glauben. Die vier lautstarken Jünglinge, die solches Unterfangen mit dem großen Meister anstellen, sind zwischen 18 und 21 Jahren alt und heißen Hellfire, Höllenfeuer. Geschrien oder geheult, diesem Publikum gefällt's.